2328 Gewinnstücke mit Roulette System Gambling Geometry Roulette Selmkenzi Seltsamkenzi Autor de Seltsamkenzi Werte Gumbler Auf dem Video sehen Sie die Softwareauswertung des Gambling Geometry Systems, und zwar für den Tisch 2 des Casinos Wiesbaden für die Tage vom 2. Mai 2010 bis 24. Mai 2010. Wie Sie sehen, wurden täglich nur 100 Koops ausgewertet, die Fehltreffer, die sehr selten sind, werden angezeigt. Das Resultat, in diesen 24 Tagen 2328 Gewinnstücke. Das kann sich sehen lassen. Hier nochmal die Daten. 2. 5. 2010 Schrägstrich 3. 5. 2010 Schrägstrich 4. 5. 2010 Schrägstrich 5. 5. 2010 Schrägstrich 6. 5. 2010 Schrägstrich 7. 5. 2010 Schrägstrich Achtens. Fünftens 2010 Schreckstrich neunter fünfter 2010 Schreckstrich zehnten fünften 2010 Schreckstrich elften fünften 2010 Schreckstrich zwölften fünften 2010 Schreckstrich dreizehntens. 5. 2010 Schrägstrich 14. 5. 2010 Schrägstrich 15. 5. 2010 Schrägstrich 16. 5. 2010 Schrägstrich 17. 5. 2010 Schrägstrich 18. 5. 2010 Schrägstrich 19. 5. 2010 Schrägstrich 20. 5. 2010 Schrägstrich 21.5.2010-22.5.2010-23.5.2010-24.5.2010-01.Q. U-00-21-20-26-01-34-31-32-09-16-20-28-05-13-09-03-14-08-31-33-33-33-33-33-33-33. 23.0.20-23-03-18-25. 22.0.20-21-20-200-32-07-16-05-33-31-33-23-23-35-ou.20-15-36-11-17-26. 28-21-16-24-35-14-12-23 03.Q 00-22-00-29-34-06-15-23-19-31-36-05-09-21-24-07-25-13-13-13-00- 0-26-27-27-27-00 04.Q 00-22-21-07-05-07-07-10-09-13-28-10-01-35-18- 14-24-15-30-07-27-28-16-21-07 05.Q 05.Q 06.Q 00-17-04-16-05-34-07-08-10 29-35-24-20-22-23-18 34-13-22-34-11-02-11-01 07.Q 00-24-04-06-03-29-18-18-19- 08.Q 08.Q 00-11-08-10 19-00-28-11-26-34-29-12-13-11-26-11-24-25-35-22-14-27-03 19-00-11-31-03-24-18-36-26-35-14-20-27-0-4-21-36-20-26-27-0-4-21-36-27-0-4-21-36-26-27-0. 10. Q 11. Q 00 06 01 28 06 13 24 15. Q 15. 18. 19. 20. 21. 22.